Alle Besucher müssen sich an der Rezeption melden. Echt? Ich scheiße jetzt aufs Speichern. Scheiß Androiden da. Jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Gehen wir mal rein. Schauen wir mal auf der Karte, wo wir eigentlich gerade sind. Also hier haben wir einen Computer, hier haben wir eine Steuerung. Okay, den Computer hat man. Davon ist noch eine Tür. 6,8 Meter. Naja, ich geh hier durch. Einmal klettern. Leer. Ach, hervorragend. Das wäre glaube ich unser Todesurteil gerade gewesen. Wenn wir dann wegkommen wären. Oh. Sehr schön. Wir warten einen kurzen Augenblick hier, wie das Tierchen weg ist. Maizensi. Xenomorph. Und da nehmen wir nicht die Beine in die Hand, sondern wir laufen ganz gemütlich. Wir schleichen ganz gemütlich. Ja, der Roboter steht noch. Einmal speichern bitte. Möchte ich gern speichern? Ja. Mal gucken, ob es in dem Teil jetzt einfacher ist an den Viecher vorbei oder ob es genauso ist. Und wo die sich befinden. Da vorne steht einer. Mit dem werde ich nicht vorbeikommen. Der steht mit dem Rücken zu mir. Der sieht mich nicht. Wollen Sie mir über Sie weist du Puls-Sicherheitsvorschriften erfahren? Wollen Sie was wissen? Wir müssen reden. Ich wüsste nicht worüber wir uns unterhalten müssten. Oder? Müssen Sie uns unterhalten? Auf Wiedersehen. Ja. So. Gegen die Androiden ist ja easy leicht. Da kannst du vorbeirennen, weil die ziemlich lahmarschig sind. Beim Alien. Pfff. Forget it. Wir haben noch nicht gespeichert. Ich weiß nicht wo das Tierchen ist. Sensi, wo bist du? Oh Scheiße. Das ist 2,3 Meter über mir. Da drüben ist er. Nicht rennen. Das ist tödlich. Auch nicht aufrecht gehen. Mhm. Falsche Richtung. Ja. 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 Nicht laufen. Nicht rennen. Schleichen. So leise wie möglich. Nicht auf einer Stelle stehen bleiben. Jedenfalls nicht für lange Zeit. Sonst ist man tot. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Haltestelle für Sixen Communication Technologies, Technischer Support Dienst und Gemini Exoplanet Solutions. Wow. Ehrlich? Also haben wir mehr davon. Beide ein�marsch. Ja. Ich bin dran. Ich bin dran. Muss mich an! Hm. bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese... Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung abgeschaltet. Ja, das wissen wir ja schon. Wir haben keine Sense für den Replay. Hier ist es eigentlich sicher, kann man sagen. Eigentlich. Revolvermunition. Also. Abgeschlossen. Servus. Wie geht's denn so? Und wer sind die Lappen? Auf jeden Fall haben sie keine Waffen dabei. Das ist alles hin genug. Ah. Sie! Hey, Sie! Brauchen Sie Hilfe! Ich ne. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment! Kommen Sie hoch! Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Na los! Drücken Sie nicht so herum! Drücken Sie nicht so herum! Heißt, das sind eigentlich Druxen? Das ist sowas steckerl. Oh! Was habe ich denn da? Eine Rö... Ö... Rö... 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 Elevator... Mr. Elevator... Schlüsselkarte benötigt. Oh! Kartenaktualisierung! Kann man immer gut gebrauchen. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Das sehe ich. Eine Speicherstation. Immer mit der Ruhe. Ich bin cool. Ripley. Ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir da hin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage. Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift. Und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja. Ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Moli oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Molis Büro ist am wahrscheinlichsten. Molis Büro finden. Ja, ja. Speichermuffel und so. Gucken wir mal, wo es da lang geht. Sackgasse. Ein Büro. Naschenlampenbatterien. Inventarvöll. Dann haben wir eine Karte hier. Du bist ruhig. Oh. Dann haben wir eine Revolver-Munition und eine Ausfallskarte. Zum Verstecken. Oh. Ich schaue nach ihr. Ich schaue nach unten. Ich schaue nach oben. Und die Finde ist in einer Aktion. Ja. Ich schaue nach unten. Ich schaue nach unten. Ich schaue nach unten. Ich schaue nach unten. Ich geh zur Ruhe. Jetzt sind wir hier wieder. Davon ist die Speicherstation. Einmal speichern, bitte. Oh. Hier war ja sonst nichts mehr. Wenn es zu geht, ist es zu. Na los. Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Nur, dass ich den Schachtschirm auf der Karte hab. Gehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Nein, nein, das ist der falsche Weg. Schnauze. Schrott und Leuchtfackel. Hast du noch irgendwas dabei? Mit wem? Schnauheit. Eine hinabstehende Person, bereitet unten Frühstück für Sie. Dieser Ort war so viel versprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie. Eine Verschwendung meines Talents. Wir sind ein anderes Zimmer, aber nicht weit weg. Sie sind getrennt und doch verbrochen. Schon waren wir hier. Zugangscode benötigt. Beschissen, danke der Nachfrage. Tragische Fälle. So weit weg vom Grund aus der Erde. Vom Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da fängt ein Geister an zu wandern. Tragische Fälle. In ihre Ohren. Wohle hat zu viel Zeit nicht verschwunden. Sie hätten hierher kommen sollen. Noemann, Tragische Fälle. Tragische Fälle. Tragische Fälle. Yolphodling. Untertitelung des ZDF, 2020